Laut unserer Agenten haben unsere Feinde eine Giftgasfabrik errichtet. Stellen sie umgehend einen Kampftrupp unter der Führung unserer furchtlosen Agentin Schwarzer Lotus zusammen. Sobald der Kampftrupp die Fabrik entdeckt hat, werden wir sie mit unseren Bombern dem Erdboden gleich machen. Ziel erfasst. Ziel identifiziert und in Reichweite. Wartet auf mein Kommando. Nichts stürmt da! Meine Flügelmänner haben sie erwischt! Ich will dir das Ziel nicht! Genosse General, die Giftgasfabrik der GBA befindet sich auf unserem Hoheitsgebiet. Wir müssen diese Fabrik zerstören, bevor sie funktionsfähig ist. Wenn wir die Anlage mit konventionellen Waffen zerstören, fließen die Kampfstoffe in den Yangtze. Wir müssen die Chemikalien mit einem Brandangriff vernichten, sonst sterben unzählige Zivilisten. Dann wollen wir das tun. Im Zielgebiet gibt es mehrere Stingerstellungen. Zerstören sie diese Stellungen mit einer Spezialeinheit, damit unsere Bomber angreifen können. Alles klar. Wird erledigt. Genossen. Dann schauen wir doch mal, ob wir diese Mission auch bei dem ersten Versuch knacken können. Wir können keine Bulldozer bauen. Wir haben nur 5000 Ressourcen. Aber hier können wir ein paar Hacker rausholen. Das machen wir auch direkt. Fünf Hacker zum Hacken. Und da ist unser Black Lotus. Streuminen. Geldtransfer. Und Notreparatur. Wir lassen erstmal unsere Knochen wackeln. Let's shake it, baby. Na dann. Komm, du kannst dir unten ein bisschen Kohle machen. Geh mal ins Internet. Stream mal ein bisschen. Los geht's. Wir gehen live. Guck mal, da sitzt er. Und schon klingelt die Kasse. Wir kennen's. Alle fünf Sekunden. Fünf Dollar aufs Konto. Hammermäßig. Bereit, bereite Geldtransferfahrer. Hier ist langweilig. Alles klar? Langweilig ist dir. Das wollen wir mal ändern. Alles klar? Komm mal mit. Klar. In Ordnung. Schnell. Ich hab's. Hier haben wir ne Öli zum einen nehmen. Okay. Wir müssen aufpassen. Schnell. Das System ist vor mir sicher. Die ist zwar getarnt. Aber trotzdem mit Vorsicht zu genießen, das Ganze hier. Schmeißen wir unsere ersten Mien runter. Okay. Ich liebe es. So. So. Rein ins Internet. Los geht's. Wir holen erstmal ein paar Rotgardisten raus. Noch ein paar Panzerjäger. Und den Rest investieren wir in Hacker. Hier ziehen wir ein paar ab, aber nicht alle. So hier würde ich sagen. Und jetzt zeige ich euch mal was, wie ihr die Stinger-Stellungen richtig gut austricksen könnt. Achtung. Schaut genau hin. Was euch General Ricky jetzt zeigt. Seht ihr das? Seht ihr das? In Bewegung bleiben, während der Rest unserer Truppe die Stinger-Stellung kaputt schießt. Kein Problem für uns. Wir sind die Rote Garte. Für die Republik. Wir werden keinen verschont. In dem Astart. Für die Republik. Stürm gestanden. In dem Astart. Ich bin mal die Fässer. Hier will ich fliegen sehen. Die Fässer. Ja, genau so. Nehmen wir uns erstmal die Öli ein. Wir können gar nichts einnehmen. Oh, Verstärkungen. Schön. Nehmen wir. Unser Mienfeld kämpfen wir nicht, sondern ein bisschen davor. Nehmen wir die Öli ein. Los. Und sie erobert wirklich unglaublich schnell gegnerische Gebäude. Passt mal auf. Fertig. Fünf Sekunden. Unglaublich. Gehen wir. Stillgestand warten auf Befehl. Dennis bucht der Rekorde. Bitte mal eintragen. Es gibt immer einen Weg rein. Wir sind die Rote Garte. Wird gemacht. Ich komme durch. Wir rücken weiterhin vor. Klar. Ich hab's. Ich liebe ja Schneewelten. Mann, das sieht so schön idyllisch aus. Was haben wir denn hier? Einheit verloren. Ah, schon wieder umgeknickt. Mensch, ich hab doch gesagt, du sollst die Schneeschuhe anziehen. Ah, ruhe dich erstmal ein bisschen aus. Setz dich hin. Lecke deine Wunden. Einheit verloren. Ja, sofort. Wir brauchen noch ein paar Rotgardisten. Was soll ich hacken? Okay, eine Sekunde. Es gibt immer einen Weg rein. Was soll ich hacken? Schon so eine coole Idee. Dass man sagt, nee, hier gibt's kein konventionelles Nachschublager. Sondern hier verdienen wir unsere Kohle mit Hackern. Guck mal. Na? Macht euer PC oder euer Smartphone auch komische Dinge? Ist kein Zufall. Vielleicht hab ich was damit zu tun. Hihi. Wir sind die Rote Garde. Ich bin die Artillerie. Ja, dann greifen wir mal an. Los geht's. Gehen wir. Gemeinsam sind hier statt. Das Guinness Buch akzeptiert keine Videospielrekorde mehr. Was? Das ist aber frech. Bin ich nicht mit einverstanden. Warten auf Befehle. Wird gemacht. Für das rechte Nähe von Sp...? Ja genau. Und in Bewegung bleiben. Wird gemacht. Beist an Ländler. Preis. Einheit verloren. Ja genau. Schön in Bewegung bleiben. Warten auf Befehle. Warten auf Befehl. Waggie rausnehmen. Und Stingerstellung rausnehmen. Sehr gut. Dreimal beförderter Panzerjäger. Machen wir ja gar kein Problem. Angriff. Genosse General, die MIGs sind unterwegs. Drücken Sie vor und zerstören Sie die beiden letzten Stinger-Stellungen. Ich bin dabei. Ich beeile mich. Schaut mal, die haben ihre Gewehre sogar geschultert gehabt. Cool, habe ich ja so noch nie gesehen. Hammer-mäßige Aufnahme. Okay, dann versuchen wir mal, den Toxintraktor rauszulocken. Und zwar in unserem Minenfeld. Los geht's. Komm, 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 komm. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Hä? Ah ja. Ja, genau. Auf der Jagd. Ha, 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 ha. Touché. Ich komme durch. Schnell. Ich hab's. Worum geht's? In Ordnung. Ihr können aber bisher wenig machen hier. Ja, das sieht schön aus. Genosse General, wir haben mehrere Toxintraktoren geortet. Agentin Schwarzer Lotus kann die Fahrzeuge deaktivieren. Zerstören Sie sie anschließend mit Panzerjäger. Genosse General. Die GBA hat eine unserer Waffenfabriken besetzt. Beauftragen Sie Agentin Schwarzer Lotus mit der Rückeroberung. So. Ja, stimmt, mit Schwarzen Lotus können wir auch Fahrzeuge deaktivieren. Hat sie vollkommen recht, aber den Toxintraktor hat man schon vor ihrer Ansage zerstört. Da waren wir ein bisschen zu voreilig. Kommen wir hier hoch? Komm mal her, ja. Schnell. Leg mal auf. Gemeinsam sind wir stark. Still gestanden. Wird gemacht. Ja, General. Jetzt unterwegs, General. Verstanden. Ah ja, hier ist ein Fluss, alles klar. Ich komme durch. Aber wir Kohle. Kiste sichern wir uns. In Ordnung. Gehen wir. Wir durchbrechen Ihre Panzer rum. In Ordnung. Ich hab... Gehen wir. Lecker. Schnell. Rüber hier, Angriff. Warten auf Befehle. Verstanden. Für das Flüchtlinge. Wir sind gestanden. Die Boxer. Einheit verloren. Demnächst nähern sich ihrer Position, Genosse General. Zerstören Sie die letzte Stingerstellung vor der Fabrik. Suchen wir die Panzer. Ich möchte Ihre Panzer rum. Mir ist langweilig. Ich hab's. Feindpanzer in der Nähe? Oh, man kann auch Hulber schießen. Das ist natürlich absolut genial. Ich hab's. Klar. Volltreffer. Komm, Toxie. Komm. Komm, komm, komm. Du musst zu nah ran. Einheit verloren. Sehr, sehr schön. Können wir natürlich auch aufschießen. Das funktioniert auch. Denno, grüß dich, du Legende. Herzlich willkommen. Into the Stream. Rein in die Butzen. Ihr passt noch nicht durch. Ihr passt noch nicht durch. Jetzt aber, oder? Passt hier nicht durch? Das ist eine unsichtbare Mauer. Die wollen nicht. Nö. Nö. Heute nicht. Vorsicht, Buggy. Ich hab's. Gehen wir. Die Bude erobern wir jetzt. Gehen wir. Mir ist langweilig. Das dauert nicht lange. Stillgestarrstanden. Panzerjäger, Herr Jahn. Spür den Feind auf. Das Gebäude gehört uns. Hm. Boah, direkt ein Hacker. Verteidiger des Friedens. Ich kann alles lahmen. Komm her. Bin unterwegs. Mach dich an die Arbeit. Und lass unsere Kasse klingeln. Ich hatte ihn aufgeladen. Einheit verloren. Jedes Raketen, Soldat. Jetzt nehmen wir hier die Stadt ein. Panzerjäger hier. Spür den Feind auf. Ich komme durch. Vorsicht, Autobombe. Ah. Pass auf. Blecky, pass auf. Alles klar? Habe mir keine Angst. Können doch nicht die Autobomben da durchrauschen lassen. Müsst doch reagieren. Stillgestanden. Los, Gebäude besetzen. Ein Panzer in der Nähe. Suchen wir die Panzer. Ja, wir werden keinen verschont. Besetzt das Gebäude. Mach die Butzen leer. Wir haben keine Miete gezahlt. Sie wurden befördert. Und das ist der Tag des Auszugs. Worum geht's? Ablenk verfügbar. Für die Ehre Chinas. Einheit verloren. Jetzt nähern wir uns dem epischen Showdown dieser Mission. Werden wir es schaffen, die allerletzte Stinger-Stellung dem Erdboden gleich zu machen. Ein erbitterter Kampf zwischen General Reiki und der bösen GBA. Ballert. Wohlbleiben. Für die Ehre Chinas. Hier ist langweilig. Aus, raus, einsatzbereit. China, auf uns. Wo geht's zur Schlachtkraft? Wohlbleiben. Einheit verloren. Wo geht's zur Schlachtkraft? Rein in den Turm. Wir rücken langsam, aber sicher rücken wir vor. Hier kommt unsere Faustmaus. Jawohl. Die GBA kann uns nicht aufhalten. Wir haben nämlich heute vollgetankt. Einheit verloren. Sehr gut. Und rein ins Hauptquartier. Los geht's. Minenunterstützung ist angefordert. Rauf auf den Toxin-LKW. Angriff, all in. Kommt, greift an. Sehr schön. Dann kommen die letzten Rebellen. Aber heute wird nicht mehr rebelliert. Ihr könnt eure Schilder ablegen. Sehr gut. Und über der Brücke verbirgt sich die letzte Stinger-Stellung. Da ist sie. Das große Finale. Gate, grüß dich. Herzlich willkommen. Super. Den benutze ich auch, den Gen-Patcher. Absolut klasse. Kannst du machen. So, dann wollen wir mal ihre Kommandozentrale erobern, hä? Klapp mal deinen Laptop auf, meine Liebe. Und gib mal 0815 ein. Easy. Jetzt haben wir deine Technologie. Was sagst du denn dazu? Mein kleiner Schlammkönig. Was wollen sie von mir? Wenn sie das sagen, ich werde arbeiten. Feindpanzer in Grenade. Verteidigung des Friedens. Für die jeder braucht man. Ich bin nur ein Bauer. Ich beeile mich. Ruckzuck steht hier ein GBA-Stützpunkt. Ich tue, was ich tun muss. Ich werde arbeiten. Sind wir fies. Wahnsinn, wie fies wir sind. F-I-E-S. Fies. Das ist mein Name. Wisst ihr, was auch nicht schlecht wäre? Habe ich euch mal ganz ehrlich. Ein Drachenpanzer wäre hier Gold wert. Nein, Gate. Ne, ne, da brauchst du überhaupt keine Angst haben. Ist alles im grünen Bereich. Ich würde sagen, auch diese Mission werden wir beim ersten Versuch schaffen. Absolut klasse. Bisher haben wir jede Mission auf schwer beim ersten Versuch geschafft. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Deaktivieren wir den Traktor. Sehr gut. So gefällt mir das. Fahr, 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 fahr. Na, komm. Schieß ihn raus. Kann sich aber auch anstellen, oder? Ihr habt einen Knopf. Einfach raufdrücken. Gegner anvisieren und raufdrücken auf den Knopf. So einfach ist das. Wollen wir? Wollen wir angreifen? Eins in den Chat. Alex, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich, dich zu lesen. Und Fähchen, vielen, vielen Dank für die Rosen. Da kann ich mir einen schönen Fähchenstrauß binden. Ich bin bereit. Im Namen der Wahrheit. Das Netzwerk gestartet. Angriff. Wuuu. Einheit verloren. Ich werde mich opfern. Ich werde mich auf fürchten. Ich werde mich opfern. Hey, da habe ich Bekannte. Im Namen der Wahrheit. Hey, da habe ich Bekannte. Ich werde mich opfern. Wir wollen nur Gerechtigkeit. Angriff. Ich werde mich auf fürchten. Einheit verloren. Wir wollen nur Gerechtigkeit. Wir werden nur Gerechtigkeit. Wir wollen nur Gerechtigkeit. Wir machen richtig Remi Demi. Wir werden auch extremst abgewehrt. Schaut mal. Okay. Wir greifen mal rein hier. Los geht's. Noch ein paar Minen. Na klar, noch ein paar Minen. Sicher. Andi, grüß dich. Hi. Hol deinen Minensucher raus. Such Minen. Einheit verloren. Der war bestimmt damals gut im Hochsprung, hm? War die hier gut im Hochsprung? Ich glaube, ich war so mittelmäßig. Meine Beine waren zu kurz. Angriff für die Rotarmee. War ich jetzt hier aus? Jawoll Eliminiert die GBA Was für ein Finale Räuchert die Chemiefabrik aus Mach diesen Turm hier leer Trau dich Kommt nicht ran Sehr schön Schöne Kerze Und wir nehmen Alles hier raus Alles klar Ziel erfasst Ziel identifiziert Und in Reichweite Wartet auf mein Kommando Feuer Ähm Ich hab die mal schon zerstört, ja? Macht euch doch nicht Und ich hab mich love you in dem Vai ich miche Untertitelung des ZDF, 2020